Hallo! Organismen müssen sich ständig an ihre Umwelt anpassen. Das machen sie unter anderem, indem sie Gene an- und abschalten und so unterschiedliche Proteine synthetisieren. Sie regulieren also ihre Protein-Biosynthese. In diesem Video geht es um die Entschlüsselung der Protein-Biosynthese. Wir schauen uns das Experiment an, in dem sie am Ribosom lokalisiert wurde, den Nachweis, dass mRNA das Botenmolekül zwischen DNA und Ribosom ist, begründen das Vorhandensein der tRNA und finden heraus, was sich hinter dem zentralen Dogma der Molekularbiologie verbirgt. Beginnen wir mit dem Experiment zur Lokalisation der Protein-Biosynthese. Diese findet an den Ribosom-Biosynthese. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. , es ist schief vom zukünftemplinter